Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Capital Bra CB6. Nach seinem spektakulären Abgang bei Air Scooter Junge meldet sich Capital mit einem neuen Album zurück. Der Albumtitel CB6 steht für die Initialen seines Künstlernamens D6, weil es sich um das sechste Soloalbum von Capi handelt. Da das Album schon vor einiger Zeit geleakt worden war, wurde das Album in digitaler Form schon am 12. April frühzeitig released. Die physischen Varianten CD und Box blieben davon jedoch unberührt. CB6 beinhaltet 18 Tracks, Features kommen von Casey Rebel, Summer Jam, Nemo, Samra und Nash. Das Album erscheint über Urban und erscheint als CD und auch als Box. Rapstar Dipp 2015 kam das letzte Album von Rapstar. Höchste Zeit also für ein neues Release. Dipp kommt mit 14 Tracks und beinhaltet ein Feature von PA Sports. Das Release kommt über Warner Music Germany und erscheint als CD. Crystal F, Tamash, KDM Shea und Niles Davis Mischkonsum Die EP wurde ursprünglich schon Ende 2017 fertiggestellt, damals aber nicht veröffentlicht. Jetzt, eineinhalb Jahre später, ist es endlich soweit. Die Mischkonsum EP beinhaltet sieben Tracks und jede Menge Features. Allein auf dem Track Mischkonsum selbst gibt es mehr als 30 Gastbeiträge. Die EP erscheint als CD und auch als Bundle. Kianush Safe Im Januar 2018 veröffentlichte Kianush gemeinsam mit PA Sports Desperados 2. Nun legt der Life is Pain Künstler mit Solo Album 3 nach. Safe kommt mit 16 Tracks und beinhaltet nur Label, interne Features von Mosh, PA Sports und Jamule. Das Release kommt über Life is Pain und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.